Das waren also die Drachen, die wir gesehen haben. Die hundert, hunderte, hunderte waren's. Millionen. Trimmillionen. Ja, ich hab's versucht. Die zwei. Einfach. Aber ich nicht, ne. Ich hab mir auf die größeren Steine hier stehen. Die sind daneben. Was ist das für ein Flügel? Junge. Du hängst da mal in Flügel. So geht meine Kamera auch gerade ab. Was ist das für ein Junge? Passiert hier. Wo bist du hin? Gar nichts mehr. Das ist ein Hai. Das ist ein Hai. Das ist ein Hai. Ich war grad gucken, Dagger. Es war ein Hai. Der ist bestimmt auch gezähmt. War der gut? Der springt hinterher. Warte, Level 2. Ich hab das immer noch geschafft, ich muss rausfliegen. Von hier. Von da, ich glaub an der Klippe schmeißt der dich weiter, Dagger. Wahnsinn. Ich glaube auch. Boa, Mann, du bist so tot. Ich hab meine Toten immer noch nicht mit. Wohohooohooooo Debbie fight work. Ich schaff's, ich schaff's! Leider ein Vieh hinterherfliegt Dagger. Das ist stadig, Tagger. weiter so und dann ganz hoch gucken einfach gerade ganz hoch ganz der schmelzofen gegen gescheffert so ich versuche mich mal von hier aus ins loch zu werfen das sieht so creepy aus guck mal jetzt dadurch kommen also ganz langsam zur seite so ganz langsam der andere seite wir haben heran mussten heran wir haben hier genau so ran weiter genau so und dann gehen wir jetzt ein bisschen immer die waffe weg so und jetzt genau jetzt ist es so langsam von der einen seite zur anderen drüber gehen so langsam ja mal nochmal also ja 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 ja